bei einem speziellen Punkt ein da mehr ein spezieller in den speziellen Punkt ein das ist ja auch Holzecke und geradeaus also da wo die Sonne gerade auf aufgeht da ist halt die Wüste ja und so wüsste ganz immer gehen und das tut klein mitbringen a es wir müssen ja ganz schön groß ne und ich hör schon wieder was war das du bist ja von vorhin ich will nicht Hans ich bin nicht Hans mit den habe ich vorhin gezähmt da war plötzlich weg weil er sitzen geblieben ist und jetzt hat er auf mich gewartet ja kann ich auch mal versuchen ein Enderman zu ziehen ne du ich versuche es gerade erst bei Hunden ich habe gesehen was passiert Folge 29 falls ihr es vergessen habt nicht wir machen liegt runter es ist sehr cool wenn man den Hunden lernen könnte wenn man jetzt kein Kompass dabei hat dass sie den Rückweg finden zur Hütte das wird doch mal cool zumindest zum Spawnpunkt zurück naja muss ja auch nicht gleich übertreiben ja aber wäre eine gute Idee oder ja zum Bett und bring mich zum Bett aber sofort was so kommentare dem noch also äh kommentare weiss schon außer sitz und folg mir genau also doppel rechtsklick oder sowas den angreifen oder die greifen schon automatisch an die haben das skelett gesehen und pf kleine Zettelze fünf Tage nicht zu fressen geklickt was ja durchaus möglich ist bei deiner Führung ich hau manchmal einen Knochen hin für drei Hunde streitet euch der stärkste schon lebt ne ich will Blut sehen boah nee hey ach du scheiße tut 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 oh da ist mir aber nie jemand hey dich nenne ich äh Olaf Kao Heiko du bist Kao das tötet Menschen hm ich bin noch an der Farm ich habe ein Stack Holz ich bin jetzt grad wirklich nur noch am suchten mein Farmer weiter ach so was das Sucht mit einbezieht hm du 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 ach ja wir haben ja noch Erde sehr schön ne 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 was seit jehoff gewinnt de ne de ne 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 guckst du ja ja brav ja du solltest ursprünglich mal Holz sammeln ja tut mir ja leid ja ich hab keine Austiere ja ich möchte mich ich bin ja schön unterwegs ihr bräuchte da wirklich mal Holz ja ja und hier noch mal war ja ich hab schon gute 5 5 6 hab ich ja könnte ruhig noch mehr sein ja ja ich bin ja nur für den anfang das ist jetzt ach so das hat gesagt sie sind die Menschen auch weg so so st die Punkt ach du Scheiße um war er war ein Stück 15 Minuten wir haben schon 20 haben sich um auch du bist wieder dran schon wieder mit aufnehmen n ja ok da waren wir mal einen fliegenden wechsel zu Klaus in drei oder bis zu breit da weiß nicht vielleicht wird auch gleich ganz freut auf und ach so nur weißt du langsam werde ich müde von all dem grünen bambus hier das ist ja noch mal schnell ein blick über die farm werfen ach du scheiße und dann ja ich merke schon hier form das ist keine form das ist zucht zuchtgebiet zuchtgebiet jetzt hat es eher einen überdimensionalen leck gegeben oder gibt es hat es gegeben ähm ja dann würde ich sagen du siehst das ja gar nicht natürlich sehe ich das soll ich das auf den Turm kraxeln und dann von oben gucken oder was nein aber du kannst mal gucken ich habe hier drei lange nach rein neu abgebaut ich sehe jetzt auch von hier wie sich das verändert hat ich würde das nämlich noch gern mit Holz einzäunen aber ja also wenn du noch ein bisschen Holz sammeln wirst dann nein wozu einzäunen macht doch kaktus außen rum da hat sich das problem erledigt mit dem schutz ja ne ich meine nicht einzäunen sondern so ähm ins wasser so Holz reinbauen wie so ne so ein Steg genau achso wer hat er die Fakli hierhin gemacht ähm ich komm ich weg mit dem Ding schließlich genug so ok dann 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 machen wir für heute vielleicht erst mal enough jo so was ist das und dann Tintenfische und dann machen wir beim nächsten warte ich komm doch mal schnell ins Haus doch ach wie viele Hunde hast denn du vielleicht brennen die bald alle Warte was machst du nichts ich gehe ja ja achso du gesagt hat vielleicht brennen die alle hehehehe hehehehe Warte wir haben jetzt schon kannst drei Körnchen Respekt aber irgendwie du Arschloch du bist ein ein bisschen Spaß muss sein ja krankern okay dann würden wir sagen komm her, komm her, komm her wie macht man Brot? ach, das ist ein Brot ich habe Brot jetzt gibt es wieder diesen überdimensionalen Leck und ich wollte das gerade so schön beenden komm mal bitte zu mir ja, genau ich habe gerade den Leck warte, warte, warte bis es wieder geht na gut, dann dann beenden wir das für jetzt ja, dann beenden wir das mit dem wunderschönen Sonnenuntergang den man jetzt nicht sieht weil es übelst leckt du hast gerade das Spiel verlassen ich habe das Spiel verlassen okay, dann hören wir jetzt auf genau ich verlasse auch das Spiel und wir sehen uns bald wieder irgendwann besser gesagt ihr hört uns genau und seht unsere imaginären Avatare na gut okay Dyson und Lederschädel dann bleibt so wie gesagt bleibt uns treu bleibt uns klicks bleibt uns favorisierend wir sehen uns wir sehen uns Bye 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 Bye